Hey, servus, wir hälter, sehen wir wieder. Muramada the Lehman Blade, eh? Pro 28. Okay, also, feuerfrei. Oh, das wird richtig grün hier. Oh, seelen, hallo. So, also, wir haben... Wir haben scheiß Gegner. Ah, Geisterschuss, 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 Geisterschuss. Ich hab keine Lust auf euch. Cool. So, also. Wir haben da dieses rote Dingsi und bla und hast du nicht gesehen, kaputt gemacht. Und jetzt gucken wir nochmal nach Glitzer. Pfirsich. Schön. Und dann säbeln wir da rechts jetzt gleich das Lila. Schnümmel, schnümmel, schnümmel. Blöde Drecks. Viechkapper-Dämonen, ey. Toil-da-bäh. Hä? So. Äh, so. Äh, 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 äh. Höh, ähm. Äh, 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 äh. Äh, 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 äh. Ah, hier geht's ins Schloss, so wie's aussieht. Jo. Vor dem... O-T-Ton. Püpf, püpf, wir sind Ninjas, wir rennen hier lang. Sag mal, brennt's da unten? Also, das scheint hier alles zu brennen und der Hintergrund sieht ziemlich cool aus. Wow. Wow. Und Dämonen-Gunner. Wieder krankedönst. Tote, tote Menschen. Schieß ich halt auch auf euch. Bam. Sturmstoß euch. Sturmstoß dein Arsch, ey. Den hat sie in die Luft gejagt. Krass. Okay. Äh, was ich machen wollte. So, Schmiede können wir ja erstmal voll vergessen, ne? So, mal nebenbei bemerkt. Weil? Hast du nicht gesehen? Ja. Ne? Keine... Das... Das letzte Schlüsselschwert. Da... Da könnten wir vielleicht noch ein bisschen was mitmachen. Aber das, äh, war's dann auch. Äh, Objekt-Schnelltaste. Die wollte ich. 2.000, 1.600. Die 600er. Die, äh, die Kaki-Früchte. Äh, die sind ja... Also, lass uns mal, äh... Äh, nee. Da, da ist unser ganzes... Da, Grill-Tintenfisch. 2.500. Yo. Der Pfirsich, der wird ausgetauscht mit... Ja, okay, also... Moment. Der wird ausgetauscht mit der Malerine. 1.000, 2.000, 2.500. Ja, okay, ist okay, so. Die, äh, die, äh... Kapseln. Ja, die... Das war ja nicht unbedingt, ne. Feuer, Zauber, kommt danach. Dann, äh, guck's mir das nochmal an. Ja, Süßkantoffeln, Brauch-Kalt-Schwein. Okay, ist gut. Äh, HP. Ja, ich hab nachher noch ein Level-Up. Für sich da... Grill-Tintenfisch. Der könnte man noch... Mommeln. Marinerine, Pfirsich, Pfirsich, Pfirsich. Ja. Pfirsich aus, was ist das? Okay. Direkt so ein Encounter. Ja, also, ich bleib hier. Ich weiß nicht, was ich nochmal... Aber ich bleib jetzt erstmal hier unten stehen. Vielleicht bist du ja schon ein Level-Up. Also, mit Combo ist da nicht viel. Ich weiß, aber... Hm, wir wollten ein wenig... Also, ich will... Eine Aua! Ich wollte sowas vermeiden. Pisst euch, Geisterschuss! Oh, viel zu viele Bombern! Bomber! Geisterschuss! Gehen wir jetzt nochmal hin? Nee! 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 Scheiß! Bombe! Na! Na gut, dann werden wir wohl kochen müssen. Ja, 6000. Klopp rein den Scheiß. So, wie sieht der dieses Schwein jetzt aus? Der kippt da wahrscheinlich auch echt einfach nur Salz als Gewürz drauf. Dann schmeckt da doch alles gleich oder so! Gut, aber es muss echt satt machen. Das gebe ich zu. Bei dem ganzen Zeug, das da drin ist. Letzter Schuss! Ich auch! Ich bin jetzt mit dem Zeug, ey! Ich bin jetzt mit dem Zeug, ey! Nein, nein, nein! Bravo! Ah! Ey! Fertig So, was ist denn hier? Alter Geht in diesem Schloss ab Ist das nicht irgendwie so ein bisschen übertrieben hier? Nur so ein bisschen? Ein bisschen übertrieben? Oh jej Boah, was? Hängen wir da zwei? Mesh euch so um So, also, ne? Achso Schning, 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 schning Ey du blöder Penner Komm da runter Oh, diese Bomben Jesus Okay Also, ich bin Unglaublich überwältigt Ich bin mega fasziniert Ich hatte das, äh, voll Total mega verdrängt Was hier im Showdown Alles so abgeht Wir sind in einem fucking brennenden Schloss Von irgendeinem Mega-Clan Von Scheiß-Ninjas Die von Anfang an an allem schuld waren Und jetzt haben wir auch noch Geister wieder aufgehalten Klasse Geister Zumindest die, die so aussehen Die liegen mit Brüsten Die sind okay Die sind ja auch irgendwie süß Die haben Angst im Dunkeln Aber du doch Bist doch hässlich Hä So Diese Regeneration von dem Foto ist ja auch echt klasse Ninjas Bam, der ist der Schuss Blitzblatt-Kombo Hast du dich gesehen? Feuer! Okay, äh Ja Das ist, ne Also, bam Voll das Schloss Und ich hab's nicht gesehen Schade Wir können in diesem Schloss Nicht zurückschlagen Sehr schade Ups Autsch So So, aber jetzt Äh, ja Bin ich auch sehr gespannt Vor allem als ich Oder nachdem ich erfahren habe Dass es halt ein paar mehr Enden gibt Wenn man diverse Sachen tut Bin ich umso gespannter Okay, und wir haben wieder diese Fischglas-Optik Das find ich aber auch sehr cool Äh Ich glaube, wir hätten erst nach oben gesollt Sollen wir dann doch mal Hm Wups, wups, wups Wupp, wupp, wupp Wupp, wupp So Jetzt geht er rein Aha Danke sehr Scheiße Mönche Klingt wieder was an der Decke Nein Sehr gut Rolle, 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 Rolle Rolle Keine Rolle Was will ich mit diesem blöden Rauchbomb? Im Ernst Gut Alter, dieses Scheißschloss Hardcore on Fire Nur nervige Gegner Jetzt auch noch Samurai Die mir richtig auf Eier Oh Ich bin immer noch am regenerieren Wow Level Up hab ich auch noch gekriegt Hey Wait Wait Puhi 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 Was ist denn hier los? Probably one of those Ja, ich kann nicht tun Ich war klar Egal Ich glaube ich alles kaputt Ah Brech mein Schwert mit Einzigen Schuriken Das ist ein fucking Overpowered Des Muramasa Schwerts Bam Und du haust das mit Einzigen Schuriken Glaub ich es nicht Achso, da kann ich dann hören Interessant Jetzt will ich den aber auch Ähm Und die Musik, die da gerade im Hintergrund läuft Ist Au Ist die aus dem Intro Beziehungsweise Introscreen Falls hier Ist Bemerkt Also in einer Vielleicht Ja, doch Leicht andere Version Denke ich Ist Aber Ne Blöder Drecks Ninja Ey Ich mag keine Ninjas mehr Echt nicht Ich mochte dich eigentlich noch nie Piraten sind cooler als Ninjas So Ey Noch einer Ich will Ernsthaft Ich will die in diesem Raum Erstmal Plot machen Das ist doch Scheiße Du Und deine ganze Sippe So Ich gehe davon aus Dass wir nach oben Weiter müssen Also Gehen wir erstmal Hier lang Got it Kiste Ich werde auch mit diesem Bronze Spiegeln Voll zugemüllt Und Äh Nochmal Habe ich keine Liste Ich lege euch jetzt mal ein bisschen flach hier Boah Dank Okay Okay Langsam Ich muss mich echt Ziemlich Konzentrieren Ich meine Falls ihr euch dran Also Falls ihr euch noch dran erinnert Ich Schlage Blocke Move Bla Ich mache das zwar alles mit dem gleichen Knopf Aber Äh Irgendwie ist da doch Timing erforderlich Gerade in diesem Shura-Modus Ist Äh Mal Ne Ein bisschen So typisch Äh Typisch Typisch Weisung Star Ehrlich gesagt Kenne ich die Aber Nicht so viele Spiele Von den Jungs Frag mich wieso Weil Gegen Muramasa The Demon Zade Kann man nix sagen Super Teil Sonst würde ich es nicht spielen Ich bin voll davon überzeugt Aber Und Äh No more Heroes Nun mal Aber Sonst Wäre mir persönlich nix bekannt Okay Ich hab jetzt Also ich hab jetzt nicht gegoogelt Oder so Also ich hab mir nix angeguckt Äh Aber Falls ihr so spontan Sagt Ey yo Die Firma kann's Äh Aber Guck dir doch mal das oder das Spiel an Da unten ist ne Comment Section Da 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 Unten Ihr müsst jetzt Ihr müsst jetzt sehen Wie ich imaginär zeige So Also Wir arbeiten uns so langsam Nicht ins Schloss Oh Oh Ne Flammen des Hasses ab Ihr seid doch Scheißgeister Können können netten Geister sein Es gibt nette Geister Es gibt nette Geister Ich geh jetzt erstmal hier rein Ich will hier rein Ah Danke sehr Wow Jetzt seid ihr nicht eigentlich nett Also zu mir Und zu Torahime und so Das ist das Einzige was mir vielleicht ein bisschen auf den Sack geht Das äh Krötenöl Ja das geht mir auch auf den Sack Ähm Dass sie Dass sie die Gegner immer so Wisstern Recyceln Gut das haben sie also Maps tun sie auch Aber Da fällt das nicht so auf Aha Mhm 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 Ich geh jetzt noch weiter Hey Hey Dann geh ich aber erstmal in das andere Ding wieder zurück Was geht's hier Boah Schlängelt sich das Ähm Eine Speicherstation Hab ich auch noch nicht gesehen In dem ganzen Komplex Ist schon ein bisschen krass Aber ich will ja schließlich auch Dieses ganze behinderte Schloss plöten Dazu Nächster Schuss Was ist das? Also ich bin wirklich davon über So total begeistert Wie Dämonengottgürtel Das war bestimmt auch nur wieder so ein Vitalitätsscheiß Was Sag ich Wirkung Vitalität Sieben verbessert körperliche Fähigkeiten Verpiss dich So Also Dann gehen wir doch jetzt mal endlich Ups 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 Endlich da lang Also die Kann die Map auch nicht scrollen Glaube ich Scrolls und Ja Bisschen von alleine Schätze Überall Überall Schätze Obwohl Eigentlich nur so Useless Shit Oh gut Kapseln Die ich nicht benutze Ähm Kochzutaten und sowas In dem Schloss Nee Überhaupt nicht Haben wir hier nicht Oh je Let's Net Come Bout Der Part neigt sich dem Ende zu Und ich bin immer noch auf der Suche einer Speicherstation Boah Alter Ich sehe hier kaum noch was Feuer wie Arsch So behindert sind aber auch nur Wir Uns in so ein brennendes Schloss Da reinzustellen Beziehungsweise da Weil wir ja so gerne rennen Rennen wir in einem brennenden Schloss rum Da Da Oh Ah Okay Alles klar Leute Äh Ich werde jetzt hier speichern Und Ähm Äh Ja Also Vergesst auf keinen Fall den nächsten Part einzuschalten Denn Ne Ihr habt das Boss Tor gerade schon gesehen Es wird sich alles aufklären Wir werden nachher ein Schönes neues Schwert bekommen Schätze ich Hoffe ich Hab Ich Voll die Ahnung von Und Ne Schmeißt mal ein Like Und Wäre ich ganz toll für Ich bin Total Sprachlos Von dieser ganzen Atmosphäre Ich Ich steh drauf Total Es Wurmt mich auch ein wenig Dass ich da jetzt nicht sofort dran gehe Und euch Diesen Part bis morgen vorenthalte Sondern Nein Ich werd jetzt diese Session auch wirklich beenden Ja Äh Soviel zu meiner kompletten Gefühlswelt Okay Alles klar Äh 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 Schönen Gruß und so Wir sehen uns